Come on, Flo, Sacken und sind Bros, sie sind blöd Bros. Wir haben einen neuen Ballon mit Lachtgas aufgefüllt, was wir machen müssen und ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich weiß, was wir tun könnten. Ja, also wir müssen jetzt erstmal... Weil wir sind doch gerade da, mach doch erstmal hier. Ich glaube, red doch mal mit Hanik, Hanik hat doch irgendwas über den Papagei mal gesagt, ne? Ich glaube, das müssen wir machen. Genau. Dein Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose, der ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Wurzel ist kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Ja geil, wir haben einen Papagei. Und jetzt machen wir das, was man immer mit Tieren macht in diesem Spiel, Quellen. So, jetzt haben wir schon mal einen Papagei. Ähm... Ja, ähm... Also bringen wir den zu Toni? Ja. Okay. Die Sache ist die, liebe Menschen. Wir könnten... ...nicht zwischendurch in die Lösung gucken. Aber... Was... Was würdest du sagen? Aber... Dann... ...sitzen wir noch hier eine Weile, ne? Das ist ja fast... Das ist ja fast ein Mensch. Komm. ...für Ratten und Insekten. Und? Und... Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nicht kaputt... Also das genaue Gegenteil von dir. Das genaue Gegenteil von dir. Call it! Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen. Oh! Ah, schön. Wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr richtig, Toni! Er gefällt mir. Kein Wunder. Er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus! Raus! Hey, ich dachte immer, man kommt mit seiner Mutter nicht immer klar und so. ...hatte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Ha! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt. Idiot! Idiot! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und der wird sich zu den Minen garten. Nicht. Ähm. Den können wir jetzt direkt mal mitnehmen, oder? Ist das nicht irgendwie so, dass wir den jetzt mitnehmen müssen? Probier's mal. Warte mal. Da ist er schon wieder. Noch ungefähr ne halbe Sekunde. Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Hallo, Rufus. Danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz. Du bist so ein kluges Tier. Oh, ne, 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 ne mit. Was tust du? Ich nehm ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Awww. Hörst du? Rufus hat eine Vogel geklaut. Ah, alles Lügen. Hihihi. Ähm. Dann die Tauben. Ich hätte gesagt, wir können ihn mitnehmen. Das muss man ja mal sagen jetzt. Ja, also geklaut ist ja... Unsere Schuld ist das nicht. Geklaut... Das sind Lügen. Ähm. Jetzt können wir irgendwas mit den Tauben machen, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube dafür haben wir das, das, das... Die orientieren sich ja... Ne, die orientieren sich ja an dem Erdmagnetfeld. Und wenn wir jetzt das Erdmagnetfeld-Gerät nehmen... Ah, in den Schrank. Dann können wir irgendwas tun. Oh. Also, die Tauben orientieren sich am Erdmagnetfeld, richtig? Dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich hier ein wenig dran rumregel. Ich liebe es, Gott zu spielen. Ähm. Ah, okay. Wir wollen ja irgendwie die Sachen, die in dem Karton sind. Ja. Das heißt, wir wollen die Minitaube in der Mitte haben. Also, ne, das... Die schwere Außen... Das, das, die drei Balken wollen wir links haben, wo die kleine Taube ist. Ja. Jetzt die Frage, was wir machen können. Ah, Knopf. Ah, okay, du kannst aber nur allen... Genau, so kannst du's drehen. Ah, da, da kann ich drehen, da kann ich... Da kann ich irgendwie nicht drehen, egal. Weil da keiner drin ist. Okay, okay, okay. Halt die Fresse, Taube. Du hast doch jetzt schon... War doch schon drei. Ich will aber links die drei haben. Ach, links. Ich dachte rechts. Hm. Also, bei der einen... Okay. Ähm. Zurück. Ich hab keine Ahnung, was ich kann machen. Ähm. Ähm. Ja. Warte, will ich hier... Zweimal... Dreh... Jetzt hier... Äh? Was war das denn? Was? Warte, war ein Moment jetzt. Ja. Und... So. Ja. Ich hab's gleich... Ja, das ist wieder so ein gutes Rätsel. Was ist denn... Verlassen... Oh, überspringen. Ne, das machen wir nicht. Nein. Wir überspringen keine Rätsel. Nein, das machen wir nicht. Nicht? Nee? Nee, machen wir echt nicht. Ganz sicher nicht? Ja, ja, sicher. Okay. Okay. Ähm. 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 Jetzt ist alles gleichmäßig. Ja, wir wollen... In der Mitte wollen wir die kleine haben. In der Mitte wollen wir nur eins haben. Ich glaub, du kannst immer da drehen, wo Knöpfe sind, oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich kann... Ja, immer nur da, wo Knöpfe sind. Ja. Kannst du die hier oben auch drehen? Die obersten Reihe? Nein. Okay. Nur die, die in der Mitte sind. Okay. Die in der Mitte von gedöhnt sind. Ja, weil das sind ja auch Mittelpunkte von Kreisen. Deswegen. Diese Knöpfe machen komische Sachen. Aber das war doch gerade okay. Dann hast du schon mal einen da oben. Der kann schon mal nicht mehr weg. Gut. Und jetzt musst du nur gucken, dass du die anderen da kriegst. Okay. Ähm. Ja. 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 Jetzt haben wir die kleine in der Mitte. Ich dachte, du wolltest die drei links haben. Nee, andersrum. Ja, was denn jetzt? Die kleine in der Mitte. Damit die, wenn wir ein schweres Paket haben, die kleine Taube genommen wird. Ja. Wie dir das dann zu schwer ist. Aber das ist die schwere Taube, oder nicht? Ah, nee. Nee, die dicke Taube ist jetzt in dem Einer. Nee, die ist jetzt hier rechts drin. In dem Zweier. Und die mittlere Taube ist in dem Einer. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Brieftaubensortierer. Okay. Scheint doch richtig gewesen zu sein. Gut. Gut. Yes. Erfolg. Scheinbar. Irgendwie. So. Und ähm. Dann wollen wir ein schweres Paket. Mhm. Also die Leckkatze. Leckkatze. Die Leckmuschmsche. Die Leckmuschi. Leckmuschi. Achso, die ist schon. Die ist schon halber. Okay. Und die ähm. Die andere muss langsam sein. Lang. Ja. Nicht so schnell. Ja. Baby. Ähm. Wanns da was? Äh. Nö. Ich glaub nicht. Gut. Dann, ähm. Hoffen wir mal, dass es in dieser Folge noch Erfolg gibt. Von irgendwas. Was? Ja komm. Mach mal. Ja. 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 Na los. Ja. Das. Tut es. Leck. So richtig. Mh. Mh. Mann, 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 Mann. Oh, hör auf mit diesem Geräusch, dass ihr so ekelhaft habt, Alter. Boah, ich kann das nicht mehr hören. Hm. Fehler, Fehler, das Paket ist doppelt über Frankreich. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet. Was? Achso, ja, nee, jetzt kommt... Warte, warte, warte. Genau, jetzt Knickerfolie. Knickerfolie Genau Ganz viel Knickerfolie, denn der Roboter steht auf Knickerfolie Knick So, genau, und jetzt macht der Klicke die Kack Genau Okay, jetzt sehen wir es hier Und jetzt Kommt die richtige Taube Die kleine Taube, genau Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt Ja Yes Das ist schon ein absolutes Tierquäler-Spiel Los, komm, hol dir die Knickerfolie Oh, Polsterfolie, ja, endlich Das Geilste am ganzen Spiel Die Polsterfolie Knick Ähm Ähm Knick, he, he Ähm Ähm Jetzt will ich auch Knickerfolie haben Knick Knicke Die Knick Oh Yeah Pass auf jetzt Ähm Was mach ich? Warum, warum Das war's? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke Die Knick Oh Wie du willst Warte, warte Hä? Ähm Nächstes Mal Jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung ausgesprungen War ja abzusehen Knick Geh mal nochmal rein Geh mal nochmal rein Ja, machen wir mal nächstes Mal Oh Mann Voller Cliffhanger Knick Die Knick Die Knick Vielen Dank Schnell Sponsor Happen